hallo meine freunde und herzlich willkommen zur jetzt 30. folge auf der ravenport so nachdem wir geerntet haben und es 11 uhr ist wobei es ist halt auch verdammt hell dadurch dass ich die hochgeschraubt habe aber es ist nacht und wir gehen schlafen ich glaube das ging hier irgendwo hier ging das da ist es und wir schlafen wenn es jetzt 11 ist 12 3 4 5 6 uhr bis um 6 uhr schlafen ist glaube ich okay ja 6 uhr da sollte es wieder hell werden 5000 fache zeitgeschwindigkeit alles klar so 569 betriebskosten gebäude für die gebäude seit wann sind diese teuer die ganze zeit okay halb so wild sonstiges 9000 kostendünger hält sich also voll in grenzen wobei wir halt baukosten ja gut okay das dürfen wir gar nicht so genau werten denn wir hatten ja die bauphase drin aber unser geld ist dadurch ja unberührt gut dann wollen wir auch gar nicht lange schnacken jetzt nehmen wir mal den johnny zum feld bearbeiten der wurde nämlich länger bei der dreieinhalb stunden aufgetaucht der hat sogar mehr zeit schon als der kleine fendt ich hab grad tatsächlich so das gefühl die beschleunigen jetzt auch nicht mehr so brutal mit dem mit der neuen mod okay so striegel ich hoffe das funktioniert mit dem striegel noch weil sollte das die zweite wachstumsstufe sein von dem unkraut dann können wir da gar nichts mehr machen ein bisschen licht können wir trotzdem noch einschalten auf der straße das schadet nichts dann hoffen wir mal dass wir es jetzt noch weggestriegelt bekommen sieht nicht gut aus und ja generell sieht es nicht gut aus wir können ja gar nicht mehr so drauf fahren das ist schon eine der das ist schon die vorletzte wachstumsstufe sprich ja da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht erst mal brauchen wir ein fahrzeug mit pflegebereifung sprich den fendt brauchen wir dann doch wieder weil wir auf den hier glaube ich gar keine pflegebereifung drauf bekommen und dann nehmen wir gleich die spritze mit weil alles andere wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren denn mein einschätzung nach geht halt das unkraut wenn das so hoch gewachsen ist auch nur noch weg zu spritzen und nicht mehr weg zu striegeln und ich hoffe halt tatsächlich beziehungsweise striegeln halt auch nur in den ersten zwei wachstumsstufen funktioniert von dem von der fruchtsorte und danach lässt es sich glaube ich nur noch in der dritten weg spritzen ja können wir hier aber trotzdem einfach mal stehen lassen gut also gönnen wir uns ja falsche taste den hier gewicht haben wir gottseidank keins dran nehmen den tank aber mit besser ist das nicht kaputt fahren kurz an die werkstatt dran das ist auch schon wieder bitte erkennt den traktor an und nichts anderes sonst müssen wir alles wieder abstellen gott sei dank konfigurieren wo ist die pflegebereifung was hat ja gott sei dank nichts mehr haben wir ja schon mal gekauft so dann haben wir auch wieder alles angekuppelt und los geht's also die auffahrt gefällt mir jetzt schon deutlich besser ohne diesen ollen huckel da drin da müssen wir nur noch mal oder muss ich nur noch mal dran denken und das werde ich jetzt auch dann einfach von unserem geld machen da werde ich jetzt keinen großen heck mehr von machen dass ich den huckel vorne jetzt bei unserer schafswiese ich nenne sie erst mal so dass wir das weg bekommen das war wieder einmal die falsche taste das ist nämlich geräte senken hier ist ausklappen hat sich gott sei dank auch nach den folgen die ich hier aufnehmen dann auch erledigt mit den tasten dann kann ich alles wieder so machen wie es gewohnt war ja und kraut geht jetzt noch weg das ist perfekt schön ist auch man sieht jetzt wenigstens wo man war dadurch dass es so hoch gewachsen ist nicht so schöne effekt ist halt einfach dass es jetzt geld kostet das um kraut zu entfernen es ist aber nur ein kleines feld daher ist das okay da können wir glaube ich mit leben fahr ich so schief oder ist das feld zu schief ich glaube ich fahre so schief ja schon mal als erinnerung freunde vergesst nicht in die kommentare ähm mir vorschläge zu machen für ein neues projekt dafür brauchen wir karten mods ja und was für ein projekt es werden soll ob ein kuhhof ein genereller viehhof ein schafhof oder was weiß ich bio bauer klaus oder äh keine ahnung was euch da so in den kopf kommt dass wir in zukunft noch ein neues projekt starten können seid fleißig in den kommentaren macht vorschläge haut eure ideen rein und dann können wir uns das demnächst mal alles gemeinsam angucken was ihr da so vorgeschlagen habt ich werde das alles zusammen äh schreiben und dann in einem video mit euch darüber sprechen so 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 ist tatsächlich echt mal angenehm dass man sieht wo man schon gedüngt hat ich hoffe nur dass die 2000 liter die hier wohl drin waren und es werden nur 2000 gewesen sein dass die reichen also gut okay reichen werden sowohl schon aber wir werden dann wohl wieder los müssen nächste investition ein palettenanhänger um ja die paletten hier hoch zu transportieren da habe ich nämlich noch keine alternative für wenn ich jetzt mal ehrlich bin wir haben ja Saatgut und Dünger haben wir im Kipper transportiert das wird mit dem Flüssigdünger nicht so eben gehen und ich habe auch noch keinen Anhänger gesehen der eine Anhänger kann halt nur Wasser den wir uns kaufen der kleine Joskin dieser etwas größere Anhänger oder auch größer ist er nicht aber der Drehschirmanhänger der halt auch arschteuer ist von Lizard der kann Wasser und Milch aber keiner kann Unkrautvernichter oder Flüssigdünger das heißt das werden wir hier palettenweise noch hochschleppen dürfen ich denke eine Arbeitsbreite sollte das dann noch sein auch da da dürft ihr mir gern mal weil ich habe bis jetzt noch nichts gefunden sowas wie eine Arbeitsseitenabschaltung oder sowas wenn jetzt wenn das jetzt mehr als eine Arbeitsbreite ist und ich da jetzt aber nur noch was weiß ich jetzt mit einer Seite der Spritze rüber muss oder einer halben gibt es da schon eine Mod womit ich das ausschalten kann dass ich nicht mehr über die volle Arbeitsbreite verteile was letzten Endes ja auch eventuell dann oder halt was auch dazu führen soll dass wir sparen an Material ah das ist mehr als eine Arbeitsbreite Moment das kriegen wir hin das kriegen wir hin so jetzt haben wir noch 1500 Liter irgendwie fahre ich komisch habe ich das Gefühl ich bin hier am rumeiern was ist denn los mit mir oder ist das Feld so schief ich würde jetzt gerne echt mal hier an der Feldkante bleiben ich glaube das Feld nee das Feld ist gerade keine Ahnung ich habe gerade dass ich so schief fahre vielleicht habe ich gerade einen Knick in der Optik aber ich weiche halt permanent von meiner Spur ab ich fahre schon wieder zu weit weg gut gereicht hat die der Unkrautvernichter allemal und schon wieder fahre ich so weit weg wir müssen halt tatsächlich nur nachtanken jetzt mache ich einmal den hier weil da noch ein Streifen übergeblieben ist zumindest ganz keines bisschen Unkraut das möchte ich gerne weg haben weil unten ist schon ein bisschen was so passt dann klappen wir den Kollegen zusammen und nutzen gleich mal unsere schöne Abfahrt hier sieht ein bisschen aus als wenn das Schiff fliegt da hinten auf dem Wasser so und wie fährt es sich perfekt recht angenehm also dieser Baumodus ist wirklich wirklich geil geworden muss man einfach so sagen nur hier muss ich das mal ein bisschen anheben das ist doch eine sehr harte Kante oder halt einfach dran denken und langsam fahren aber ich möchte nicht wissen wie oft ich da nicht dran denke und irgendwann voll drüber brezeln und vielleicht was richtig uncool wäre gegenüber ins Meer klatsche ja perfekt dann haben wir ja das auch schon geschafft dann können wir jetzt noch mit der Vorbereitung für das nächste Feld anfangen das können wir dann jetzt allerdings mit dem Johnny machen so ich möchte aber eben noch einmal so und dann stellen wir das hier erstmal wieder ganz geschmeidig ab auch wenn es fast leer ist müssen wir uns nur drum kümmern und das auch bei Zeiten dass wir nicht wenn wir es benötigen erst dann losfahren und neue Unkraut dann nicht dazu holen dann parken wir den jetzt hier gleich mal ordnungsgemäß ein mit der Pflegebereifung und auf in den Johnny dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Plan was wir ob machen müssen es ist Unkraut drauf ansonsten kein Kalk und nicht flügen perfekt also einfach nur drüber wegdüngen alles klar das ist doch easy peasy Junge Streuer steht glaube ich hier drin versuche nach dem Spiegel da oben zu fahren wobei ich den da drin kaum sehe gerade aber müsste müsste passen ja wunderbar ja gut bevor wir aber anfangen zu düngen beenden wir die Folge nochmal eben die ist nämlich schon vorbei sehe ich gerade also dann hau ich nochmal die Erinnerung raus haut in die Kommentare eure Vorschläge Anregungen und Informationen zu einem neuen Projekt eine Karte die wir dafür die wir spielen wollen was das für ein Projekt werden soll und vielleicht auch noch ein paar Mods dazu spezifisch für ein Projekt wie gesagt also projekttechnisch was weiß ich Viehzuchthof oder nur ein Milchhof ein Rinderhof Biohof oder keine Ahnung irgendwie sowas ich denke mal ihr habt da wahrscheinlich sehr viele Vorschläge wir werden dann wahrscheinlich ja das nehmen was am meisten gevotet wird wo ich halt also ich fasse es dann zusammen wir quatschen nochmal drüber und dann lasse ich euch da mal abstimmen was ihr davon halt machen wollt oder was ich davon halt machen soll was ihr sehen möchtet so ist das glaube ich am besten nur ausgedrückt alles klar und wenn ihr mich unterstützen möchtet lasst doch gerne ein Däumchen da da würde ich mich riesig drüber freuen und ich sage reingehauen bis morgen